Herausforderungen gibt es eigentlich immer mit dem Firmenwunsch, weil es gibt ja Firmen, die sagen, wir wollen einen Elefanten und dann besorgen wir halt einen Elefanten und wir sehen, wenn wir einen Hubschrauberlandeplatz, dann kriegen sie einen Hubschrauberlandeplatz. Also es ist schon heute die Anforderung relativ hoch, also mit einem Stegsemmel kannst du niemanden mehr begeistern. Mein Name ist Steinhauser Christian, hier sind wir in der mobilen Eventalm, machen natürlich sehr viele Veranstaltungen direkt vor Ort, wie jetzt Firmentagungen, Geburtstage, Jubiläum. Der Endkunde ist schon bereit, einen gewissen Mehraufwand zu bezahlen, aber die Qualität darf eben nicht schrumpfen und der falsche Weg ist mit Sicherheit, an der Qualität zu sparen, um einen Preis zu halten. Als Caterer ist es wichtig, dass du mal nachordern kannst, weil du nicht genau weißt, kommen in einem Fest 12.000 Leute oder 15.000 Leute. Jetzt speziell auf den Häusler einzugehen, ist es so, dass ich mich tausendprozentig einfach auf ihn verlassen kann. Ich habe eine Top-Qualität. Wenn der sagt, um 9 Uhr ist er mit der Anlieferung da, bei uns ist es sehr oft ein Zeitmanagement, dann ist der auch um 9 Uhr auf dem Hof und hat auch die Ware dabei, die ich brauche. Der unterstützt uns ganz stark und zwar genau in dem Bereich, dass der Koch einfach seine Karottenstiftle schon geschnitten bekommt. Vorher hat er erstmal schälen müssen. Er tut sich natürlich wesentlich leichter, wenn er einen Teil als Convenient schon angeliefert kriegt. Also wenn man irgendwas bestellt, dann hat sie immer noch eine Idee am Telefon von der Größenabpackung oder ein anderes Produkt oder etwas günstigeres. Wenn ich sage, ich brauche jetzt drei Schalen Cocktailtomaten und sie sagt, du, die sind gerade schweineteuer, nimm doch lieber die kleinen aus Italien mit Grünzeug. Da kann ich dann besser einen Preis machen und die sind qualitativ auch noch toll. Dann habe ich genau die Beratung, die ich brauche. Ich glaube, es gibt keinen Lieferant im Bereich Obst und Gemüse, den ich nicht schon gehabt habe. Also ich bin jetzt 20 Jahre im Raum Allgäu tätig. Beim Flo passt halt einfach alles und deswegen haben wir uns langfristig für ihn entschieden.